Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich im Kreis Mettmann. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 33 m². Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 440 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017